Ich hab was zu essen für dich. Super. Wenn ich was aufmachen könnte, würde ich meine Dose auch aufmachen. Das muss ich aufmachen. Da liegt's. Ach, ich soll jetzt testen. Ja, bitte. Oh, was liegt denn hier? Feuerlöschung und Gaskocher? War ja noch irgendwas oben? Oh, der hat ja einen Dosenöffner bei uns. Oh, wenn du das nicht willst, esse ich das halt. So. Ich bin wieder Opfer und Test. Das sind wahrscheinlich Vogelbären. Okay, ich hau mir gleich zwei davon rein. Oh nein, I'm shaking. Toll. Achso, weil mir so kalt ist. Hier, wir müssen rennen. Mir ist kalt. Sonst werde ich noch krank oder sterbe. Ja, lass mal ins Promark gehen. Ich hab nämlich Lust mehr einen Dosenöffner zu finden. I'm cooling off. Toll, dann renn mehr. I feel hungry. I'm promptly cooling off. Toll. I'm cold. Ja, toll. Vielleicht stört dann Kälte tot. Was soll ich noch machen außer Rennen? Ich muss ja sagen, um ein Thema zu wechseln, auf ein anderes Spiel zurückzukommen. Waselands 2 ist ja echt klasse geworden. Ja. Das macht richtig Laune. Mir ist leider zu teuer. Für ein Kickstarter-Spiel ist das zu viel Geld, was dir verlangt. Also da... Also da... Also für den Preis... Das ist... Also ordentlich. Das ist ein gutes Spiel. Und es ist... Huch, du bist das. Ähm, da macht man nix falsch. Schönes Oldschool. Wiedel von... Ja. So wie Fallout. Früher. So, hier gibt's gar nix drin, ne? Ich bin jetzt in dieser Schule. Oder in diesem Bürogebäude. Also ich hab auch dazu ein Let's Play gemacht. Oder mach grad dazu ein Let's Play auf meinem Solo-Kanal. Wer möchte, kann mal reinschauen. Ich geh ne Polizeiwache gegenüber. Seit wann steht hier eine? Enger. Will den Hut haben. Du hast nur coolen Hute auf. Take Yellow... Oh, Take Yellow... Arbeiterhandschuhe. Take Yellow Arbeiterhandschuhe. Ja. Wie du diese früheren Text-Adventions, wo du alles eingeben musstest. Oh ja. Schlagetroll mit Axt. Wow. Zombie. Schlaget Zombie mit Faust. Ich bin enttäuscht von der Polizeiwache hier. Bei der Wasteland 2 Ranger Edition war dann auch... Ist auch ein Download-Code für das erste Wasteland dabei. Ja, auch mit Texteingabe teilweise. Ach ja. So alt. Da hab ich den ersten NPC getroffen. Und da steht dann, was wollen sie tun? Und ich... äh... War dann ein bisschen überfordert. Alles, was ich ergeben habe, hat nichts gebracht. Ach, da ist so eine Frage. Who are you? Fischt. Wolltet ihr nicht. Oh ja, warum bist du... Gott, die Türen sind irgendwie verbuggt. Kann das sein? Ich muss ja alle erst einmal schließen und bohren noch mal neu. Und dann... Kann ich's erst aufmachen. Ja komm, stopp. Da gibt's ja gar nichts in der Polizeiwache. Warum hat er jetzt die Waffe weggenommen? Was ist das denn wieder für eine Scheiße? Hast du eine G gedrückt? Nein! Der hat sich einfach weggesteckt. Hm, ich hab Jogging-Show gefunden. Das passt. Komm, jetzt bring mich um. Passt zum Wandersimulator. Bring mich um, komm. Bring mich um. Los. Bring mich um. Er hat sich schon wieder weggesteckt. Und er ist selber du. Oh, sechs Shotgun-Shells. Ich nehm mich mal mit. Man weiß noch nie. Paprika, Paprika. Ich ess da mal ne Paprika. Wollen wir gerne wissen, warum man immer wieder das Ding weggesteckt hat. Bisher hab ich übrigens noch keine Magenbeschwerden. Also rote Beeren sind auf diesem Server gut. Vielleicht auch allgemein. Ich hoffe, das gilt allgemein. So, ich lass da mal das Krankenhaus liegen und geh zur Feuerwache. Na geh du mal. Ich bin ja noch ein bisschen unterwegs. Ich zittere grad noch ein bisschen, weil mir so kalt ist. Oder kalt war. Keine Ahnung. Kann sein, dass das Zittern von den Bären war. Oh, ne Canvaspants. Ne, den nehm ich nicht. Neue Schuhe am Alter. Vor dem Patch war ich so begeistert. Also vor dem 500 Megabyte Patch war ich ja sehr begeistert wieder von DayZ. Aber jetzt gerade. Ich bin eigentlich noch gleich begeistert. Ich hab immer noch kein Zombie gesehen. Weil ich's auch alle anpacken hab. Mein Charakter friert, obwohl der anderen joggt. Was ist denn los mit dem? Oh ja, ich kann ja nicht mal einen Baseballschläger austauschen mit einem Crowbar. Ach, du kannst auch einen Baseballschläger behalten, glaub mir. Ja? Hat keinen Unterschied. Oh, ne Hose. Ach, Jeanshose. Und eine 1911 engraved. Cool. Ja, die Sache ist die, ich hab nur überhaupt keinen Platz. Fuck, Zombie! Ja. Waffe? Danke. Ah, außerdem verhungere ich gleich. Oh, na. Auch wieder gar nichts. Okay, die können gut schlagen jetzt. Das stimmt. Aber sie schlagen langsamer zu jetzt. Uh, was liegt denn da? Irgendwie nicht mehr. Double Rifle. Tausche ich mal jetzt aus. Und er trifft mich wieder aus 100 Meter Entfernung. Ich bin erst irgendwo unten und trifft mich trotzdem. Im oberen Stock. Ey, das ist doch zum Kotzen. Tja. Wir müssen mal ein Lagerfeuer machen. Mein Charakter erfriert, glaub ich, gerade. So, ich bin erst mal gleich tot. Okay. So. Ja. Fuck, komm. Also mein Zombie hatte übrigens nix dabei. Jo, ich bin tot. Ach, nö. Er hat mich durch Wände geschlagen, sonst was. Und ey, nee. Die Hall. Echt. Ich würde jetzt gerne meinen Mittelfinger zeigen. Haha. Dann machen wir mal ein Respawn, ne? Gut, dann respawnst du mal und ich, ähm, ja. Gehe dann vielleicht doch mal ins Krankenhaus. Vielleicht finde ich ein paar Bandagen. Spawning in 9, 20, 28, 27, 26, et cetera, et cetera. Et cetera, pp. Oh, da hat jemand ne Dose aufgemacht in meiner Nähe. Ich werde von zwei Zombies verfolgt. Das finde ich nicht gut. Noch ne Dose. Wie bin ich denn jetzt? Oh, ne Kartoffel. Okay. Äh, äh. Fuck, warum willst du mich verarschen, Mutzomi? Ich bin extra durch Häuser gerannt. Und der ist mir gefolgt. Ich hab mich da gar nicht gesehen. Oh, ich bin bei Ciano. Nein, mein Lack ist in Pain. Bist bei Ciano gespawnt? Ja. Was hast du für verdammtes Glück, ey? Also, sagen wir so, zwischen Ciano und Elektro. Also, näher an Ciano dran. Da lauf ich jetzt auf. Nee! Der Zombie ist mir bis hier hoch gefolgt. Beide? Natürlich. Die konnten mich da gar nicht sehen. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, ich freue dich auf den, danke dem 500 Megabyte Patch. Wir können einem überall hin folgen. Also, Treppen sind sie vorher schon gefolgt. Ja, aber ich bin durch Häuser, durch Tunnel gerannt und so. Die haben mich nicht gesehen. Ich hab einen Sichtkontakt unterbrochen. Dann bin ich in ein Haus rein und die Treppen hoch. Und die konnten mich nicht sehen. Aber die haben mich gefunden. Ja, es wird Zeit, dass H1Z1 kommt. Oh ja. Wie sieht's da eigentlich aus? Gibt's da schon was Neues? Nein. Darf ich das jetzt einstellen? Das stellen wir nicht ein. Haben sich zu viel dran gearbeitet. Und es ist zu viele Fans gibt schon. Ich bin tot. Willkommen im Club. Das ist, ja, furchtbar. Ja, ich bin noch bewusstlos. Aber, ähm, ich werd jetzt einfach respawnen. Weil das wird nix. Ich war sofort tot. Weißt du, ich bin Stockwerk hochgelaufen. Der Zombie ist mir nicht... Er ist unten geblieben. Und hat bei dir einmal... Jermals durch die Decken geschlagen. Durch die Treppen durch. Keine Sichtverbindung. Und ich war tot. Ja, das geht natürlich gar nicht, ne? Und ein Ding. Ey, das müsste man doch eigentlich langsam mal fixen können. Das ist ihm vielleicht nicht so wichtig. Ich weiß es nicht. Ich will jetzt nix behaupten. Gibt ihm mal gleich, ist es nicht so wichtig. Ey, der wohnt da hier in Amerika und ist Soldat. Der wohnt nicht in Amerika. Das wohnt, ne. Das ist ein, ähm, ähm, äh, aus, äh, Island kommt der. Und der arbeitet gerade bei Bohemia Interactive. Die kommen aus der Chasai oder so. Gut hinfahren könnte ich aber, ah, er ist trotzdem Soldat. Er hat Nahkampferfahrung. Äh. Da hab ich schlechte Karten. So, ich bin bei Solnitschnie gespawnt. Ich kann jetzt wieder den selben Weg rennen wie vorhin. Nur ein Stück mehr. Cool. Tja, liebe Zuschauer, tut mir leid. Beschwert euch bitte bei, ähm, wo? Ich kann mein T-Shirt ausringen. Das ist ja geil. Oh, cool. Man kann es wieder anziehen. Dann ist es wieder trocken. Trotzdem könnte man so gesammelte Beschwerde-Mails schreiben. Meine Jeans kann ich auch ausringen. Ah, wie geil. Die Unterhosen auch? Ja. Jetzt hab ich beides ausgerungen und bin trotzdem noch soaked. Sorgte die Baustelle unsicher. Weißt, ich bin schon wieder vor dir gestorben. Stimmt, was machst du? Wendet sich das Blatt etwa? Der Fluch ist beendet. Juhu. Nach 190 Episoden. Ah. Ich weiß nur, das ist der erste Tod auf Weg nach Green Mountain. Das Schild. Was steht da? Was haben wir gelesen? Äh. Was war das? Selenogorsk oder so, ne? Weiß es nicht. Wie dich der Schuss trifft. Genau. Und du noch blutest und dann höre ich nur noch einen zweiten Knall. Dann war es das. Ich höre nur flup, peng, tot. Das heißt, ich habe Munition und eine Pepsi gefunden. Eine Sprite. Gleich in der ersten Tanke. Ist doch super. Ich hab einen Baseballschläger. Aber nur Punkt 22, oh Muni. Ich hab ne Waffe dafür. Super. Habe ich ja ausgetauscht gegen andere. Ne, hatte ich nicht mehr. Also im letzten Patch waren die Zombies echt angenehm. Sind dann irgendwann stehen geblieben, ne? Hatten keinen Bock mehr. Ja. Jetzt ist es richtige Arschlöcher. Waren wir nicht die klügsten, so wie ich... Ah doch. Verdammt. Noch ein Baseballschläger, ne, der will dich nicht. Okay. Ich hab hier wieviel? 50 Punkt 22er Kugeln. Ein T-Shirt. Remington. Hell in Rex-Tieren. Ach verdammt, ich hätte... Oh. Crowbar. 2 Stück gleich. Cool. Waren. Wir nehmen plus 10. Caral, ne Kappe. Wunderbar. Aber kein Rucksack. Ach, ist das sch... Ey, doof meine ich. Blöd. Ach, sucht's euch aus. Stunbaiten hab ich gefunden. Total, jetzt kann ich aber den... Da lag noch was, das wollte ich noch aufnehmen. Eine Sprühdose. Okay, die neuen Volt-Batterie passt in den Stunbaten rein. War cool. Wunderbar. Dann kann ich die jetzt gleich umbringen. Stunbaten, komm raus. Wunderbar. Okay, ich hab jetzt keinen Besitz gehört. Oh, er ist in einem Schlag gestorben. War cool. Nee, umgekippt, nicht gestorben. Zwei Schläge und er ist tot. Geil. Eigentlich dürfte so ein Stunbaten bei denen noch gar nicht funktionieren. Eigentlich nicht, nee. Das ist geil, das Stunbaten gefällt mir. Halt wie so eine Axt. Ja, Axt halt. Ja. Dann brauche ich jetzt mehr Batterien auf Vorrat. Weil ich glaube, die hält nicht lange. Ist das hier eine Polizeiwache? Ich fürchte nicht. Ich hab jetzt keinen Bock, 30 Häuser zu durchsuchen. Oh, ich habe echt da was zu... Oh, ein Naked. Oh, wunderbar. Ich musste meins von wegschmeißen, kurz bevor ich gestorben bin. Das eine Haus hier durchsucht. Das ist ein schönes, großes Steinhaus. Irgendwer sagt ja, in den Steinhausern findet man bessere Sachen wie in den Holzhäusern. Ja. Dann haben wir den Grey Hoodie. Der Grey Hoodie. Sehr schönes. So, was gibt es denn hier vor? Ich hatte... Oh, da ist was. Eine blaue Wolljacke. Blaue Woll. Oh, eine Pepsi unterm Tisch. Wunderbar. Ach nee, Tactical Bacon. Oh, Farming Hole. Ich steigere meine Nahkampfwaffen gerade. Sehr gut. Oh, die Axt. Ich will die Feuerachse haben. Hallo. Oh, ich habe hier gerade schöne Sachen. Matchbox. Wunderbar, dann kann man Feuer machen. Bei nur einer Axt. Oh, die ist blatantly damaged. Hattest du mal an. So, ich bin in Solnitschnie angelangt. Oh, ich bin hier in Czerno. Ja, da bist du jetzt 20.000 Kilometer vor mir. Scheiß, Türen sind verbuggt. Alle Türen sind zu, aber wenn man sie anklickt kann man... No Message Received. No Message Received. Oh, bitte. Deswegen gehen sie nicht auf, okay. Aber das passt eh. Ist ein gutes Ende für die Episode, zeitlich. Alles klar. Dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Jawohl, bis dann. Tschüss. Say, das alles. Also, wirung-free voud es in der nächsten Saison. Das bere DDR puis eru Alexandra. Sure, das wir uns in der nächsten Saison. Darv SchIVE-schrift. Das hörundert, wir captive idag. Wirung-los, wirung-los. Wirung-los. Wirung-los.